Ja Leute, was geht ab? Hier ist es jetzt noch immer so ein herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CatCon, Leute. Ja, heute ist ja natürlich wieder Sonntag, aber es ist keine Sonntagsfolge, sondern was anderes heute auf CatCon. Ihr habt es ja gesehen, letztes Mal kamen keine CatCon-Folgen, das liegt daran, dass ich halt, ja, wohl übel in dieser Sucht wieder drin stecke von Unknown City. Ich komme ja einfach nicht dazu hier auf CatCon, ich weiß auch nicht, was ich auf CatCon im Moment machen will, soll, außer Terraforming die ganze Zeit hinten die Berge abzurotzen. Und es ist halt alles nicht so, was ich gerade will und keine Lust habe. Deswegen bin ich auf Unknown City halt so produktiv dran mit den ganzen Jobs-Limits, mit den ganzen Regenhaufen und so. Das ist halt so mein Ding gerade. Aber ich denke, nach einer Zeit wird es wieder nachlassen und ich mache nebenbei, dann versuche ich hier auf CatCon zu machen etwas und dann gibt es auch wieder Sonntagsfolgen und Streams. Heute in dieser Sonntagsfolge von CatCon geht es darum, ein Gewinnspiel. Ich habe es ja letztens mal angekündigt vor zwei Wochen oder drei Wochen, dass ein Gewinnspiel rauskommt. Und der Schweizer da hinten, der beobachtet mich schon, der Schlingel, ja, genau, da hinten ist der, der Schlingel. Ich sehe dich, sehe dich immer noch. Ein Gewinnspiel, was ihr gewinnen könnt alles, ist in diesen beiden Sachen drinne, plus die Schalker-Box könnt ihr schon gewinnen. Die Schalker-Box ist mit drinne, die Kiste könnt ihr gerne auch haben, keine Ahnung, ist mir egal. Aber die Inhalte da drinne, die sind für euch. Was ihr für das Gewinnspiel machen müsst, ist einfach nur ein nettes Commentation drunter schreiben, unter das Video ein Like dalassen, auf jeden Fall. Und ein Abo sein und auf dem Server natürlich spielen. Und wenn wir die, sagen wir mal, 20 Likes schaffen, kriegen wir hin, oder? 20 Likes? Ja. 20 Likes und ein paar Leute mitmachen. Wenn jetzt nur einer mitmacht oder zwei Leute mitmachen. Okay, bei zwei Leuten kann ich schon mal mit zwei auswählen, aber es ist halt auch scheiße. Ihr wisst es ja selber. Lieber mehr Leute und größere Auswahl, weil diese Preise finde ich eigentlich sehr nice. Kann man auf jeden Fall machen. Oder wir machen 15 Likes, machen wir so insgesamt 15 Likes auf dieses Video. Und wie gesagt, ein Kommentar, ein Abo sein und auf CatCon spielen. Was ihr zu gewinnen bekommt, zeige ich euch jetzt. Es gibt sogar einen Sponsor, der hier dieses giveaway auch gesponsert hat. Einen Teil, einen Teil habe ich, einen Teil hat der. Das war dieser, der Schweizer, den ihr gerade eben gesehen habt. Ein guter, netter Zuschauer, ein guter, netter Herr. Mein Auge tut weh, alles klar. Der steht da hinten. Der schüchtern. Und, ähm, ja. Ich zeige jetzt erstmal euch, was ich alles drin habe. Was ich für euch verlosen werde. Und zwar, das alles könnt ihr gewinnen. Ein Kopf, eine Elytra, ein paar Dias, ein paar Eisen, ein paar Gold, ein paar Krimskrams-Sachen halt. Eine bunte Mischung könnt ihr gewinnen. Bloß zwei Flammenbücher habe ich einfach mal reingepackt. Und ein anderes Buch, was ihr seht. Das ist eigentlich der Hauptgewinn, den man gewinnen kann. Weil das ist einfach heftig. Dazu kommen wir gleich. Das ist ein Gutschein von der Schweizer. Hat der gesponsert. Der ist so, ähm, der macht halt sehr viel mit Musik auf Minecraft. Und, ähm, das ist ein Song. Den könnt ihr bei ihm einlösen. Er baut euch so ein System zusammen. Dann könnt ihr per Knopfdruck oder so ganz einfach die Musik abspielen lassen. Ich weiß jetzt nicht, es geht ein paar, also ich glaube fast eine Minute lang oder so. Wir können uns das auf jeden Fall gleich anhören. Ist ein bisschen verpackt, weil der gerade in Renovierungsarbeiten ist. Der hat das gerade für mich gerade noch schnell alles so hingeballert. Und, ähm, zeige ich euch gleich. Also das könnt ihr auf jeden Fall schon mal gewinnen mit einem nicem Kopf. Und halt ein bisschen, ja, Krimskrams. Und der geile Elytra hat die Hauptgewinn der Gutschein. Und, äh, die Schalkerbox könnt ihr auch gewinnen. Und da drinnen die Sachen, das hab ich nix gemacht. Das war der, der Schweizer hat alles gesponsert. Ein paar Eisenblöcke und, ähm, drei Klosternblöcke mit bisschen Klostern noch dazwischen. Das könnt ihr alles gewinnen. Wie gesagt, plus die Schalkerbox. Heißt, das könnt ihr gewinnen. Und diese ganzen Sachen könnt ihr gewinnen. Ich hab doch den Schweizer jetzt schon gehört. Hier auf der Wiese rumgammeln. Schweizer! Du frecher Kerl. Da ist er doch. Da ist er doch. He, he. Mann. Jetzt packe ich hier fest. Ja, ja, Schweizer. So, ja. Wie gesagt, das könnt ihr alles gewinnen. Einfach, was ich gesagt habe, äh, machen. Und ihr seid dabei. Beim Gewinnspiel. Ich werd dann das nächste Woche Sonntag oder irgendwann mal auslosen auf jeden Fall. Ich glaube, nächste Woche Sonntag ist schön, ne? Also habt ihr eine Woche Zeit, 15 Likes zu schaffen auf dieses Video. Und halt, Kommentar dalassen, Abo dalassen. Oder ein Abo nennt schon sein, auf jeden Fall. Und hier aktiv drauf spielt. So. Dann gehen wir jetzt mal rüber, Leute. In den Musikladen zu ihm. Denn er hat jetzt hier wieder zugemacht. Geil. Äh, MSG. Der Schweizer ist jetzt wieder, als ob der weg ist. Ich muss ihn ganz kurz anschreiben. Komme nicht rein. Musik laden. Ah, was für ein Fischi. Ähm, der macht das grad schnell offen. Der Schwarzer, komm. Ah, da ist er doch. Nice. Dankeschön. Wir werden uns ein paar auf den Dürz gehauen hier. So. Die Musik, die ihr gewinnen könnt, die heißt... Alone. Vielleicht kennt ja einer von euch die Musik. Die ist auf jeden Fall... Also ich hab sie ausgesucht. Ich hab die selber. Die Musik, die muss noch der gute Schweizer bei mir bauen. kam ich noch nicht dazu. Aber ich hab halt diesen Song gewählt, weil ich find den am schönsten. Und den hat er gesagt. Komm, kriegst du noch einen Gutschein für die Verlosung. Und das find ich auf jeden Fall nett. Danke nochmal dafür. An dich, der Schweizer. Für deinen Support. Für deine Unterstützung hier. Für das Giveaway. Ich mach das jetzt mal an. Und ihr könnt einfach mal reinhören. Aber wie gesagt, ist ein bisschen verbuggt. Normalerweise ist es so flüssig. Musik Genau. Das ist die Melodie. Das könnt ihr schön als Türklingel oder so benutzen. Wenn einer an der Tür klingelt. Bam, bam. Und dann kommt diese Alone. Gedöns. Das ist auf jeden Fall mega nice. Und, ähm. Ja, das könnt ihr auf jeden Fall gewinnen. Das wäre auch, glaube ich, schon ein bisschen teuer. Ich glaube, dieser Gutschein hat, äh, ich weiß jetzt nicht. 2.000, 3.000 gekostet oder so. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Weil das halt ein langes Lied ist. Und das kostet halt auch einiges. Und, ähm. Ist halt mega nice. Wie ihr seht, ich hab's ja auch hier. Gutschein. Und, ähm. Nice. Danke dafür nochmal. Und, ähm. Ja. Ich bin mal gespannt, wie ihr auf das Video so reagiert, abfahrt. Oder wer alles so mitmacht. Das würde ich mich sehr freuen. Ähm. Ich hoffe, da machen ein paar Leute mit. Weil, es kommt ja nicht immer allzu Tage mal so ein Giveaway hier auf CatCon raus. Oder generell, was ich mal mache. Und ich will ja auch mal Sachen zurückgeben. Ist jetzt nicht so ganz viel. Aber, bisschen mal was, ne? Leute, wenn ihr euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Like da. Nächste Woche Sonntag wird's ausgelost. Falls wir die 15 Likes und die ganzen Kommentare und so alles schaffen. Dies, das und jenes. Ähm. Gibt's auf jeden Fall als Giveaway nächste Woche. Und, ja. Bis dahin. Lass dich onsteif. Ciao, ciao. Lass dich aufhören.